Aho YouTube und willkommen zu einem neuen, ja was ist das überhaupt, Update-Video könnte man sagen. Ja genau, so ein Update-Video. 1.2.3, ich weiß gar nicht, bei was ich aufgehört habe. Auf jeden Fall hat mich gerade in meinem Büro der Postmann besucht und mir Destiny 2 vorbeigebracht. Da war ich gleich so aufgeregt, dass ich alles weggeworfen habe, alle Rechner ausgemacht habe und mich auf mein Fahrrad gesetzt habe und quer durch Hamburgs Flüssigsonne gefahren bin. Um mich direkt ins neue Abenteuer zu stützen. Für das Spiel habe ich mir überlegt, werde ich die Facecam auf jeden Fall in den Videos weglassen. Das minimiert meine Renderzeit. Das wiederum könnte dazu führen, dass ich eventuell hier und da ein paar mehr Videos raushauen kann. Muss ich mal gucken, wie gut mein Plan aufgeht. Auf jeden Fall werde ich direkt schon mal die Kamera weglassen bei der Aufnahme. Und dann kann ich so ein bisschen mehr Speicherplatz für Destiny verwenden und ein bisschen Rechnerressourcen freigeben zum Rendern, zum Capturen, zum Schneiden, zum irgendwas machen. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf Destiny. Ich bin total heiß und werde gleich mal los installieren. Für die Überbrückungszeit habe ich ja heute, also nicht heute, weil wenn man das sieht, ist das schon gestern, ein Resident Evil Video hochgeladen. Ich hoffe, ihr könnt euch an meinem zarten Gemüt ergötzen. Ich habe es nochmal versucht, ein paar Minuten in diesem Spiel auszuhalten. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das. Ihr bleibt dabei. Bald gibt es Destiny. Und bis zum nächsten Mal. Gangeauen. Bis zum nächsten Mal.